hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von my time at porsche wir haben wieder sonntag wir haben post muss ja nur gerade hier wollte ich gar nicht hin ich sehe gerade ich wollte doch dahin weil ich da auch was drin ab das holz nämlich so oder winter weizen wächst das ist sehr schön wie weit ist er denn einen tag braucht er noch so kann man hier jetzt noch stahlplatten fertigen eine noch so den industriellen ofen wollte nur machen nicht den einfachen sondern die auswechselbare batterie muss man auch noch bauen bauen industrieller kern den haben wir schon mal stahlplatten brauchen wir fünf drei haben wir und brauchten wir noch marmordielen habe ich die da weggepackt ja habe ich läuft da können wir unseren marmor noch einpacken marmordielen da sind sie so können wir auch gleich wieder wegräumen so dann gehen wir mal unseren mädels bescheid sagen oder was heißt bescheid sagen hallo sagen natürlich bescheid sagen klingt doof wo ist sie denn emily ist da auch wir haben sonntag genau wir haben ja sonntag so wo sind die emily da tschuldigung war keine absicht süße beschenken kriegst du mal wieder so ein danke das ist großartig kann sie nicht tschuldigung wollte ich nicht schubsen dann gut dann machen wir heute kein schweres steinpapier hi molly ich und dolly werden heute ein schneemann bauen das ist schön haben wir eigentlich kalender irgendwas wichtiges stehen nein da ist was wintersonnenwende okay das müssen wir bei unserem schatzelie vorbeischauen ach so und bei der sam wo ist denn die emily möchte etwas ist die sam wieder da oben wo bin ich denn jetzt hoppala da ist sam hallo so kriegst auch mal so magst du sowas danke das gefällt mir gerne so wie weit sind wir denn eigentlich bei denen schatz sie haben wir bald wieder voll nächste stufe sam sind wir auch bald auf der nächsten emily dauert noch etwas und alice können wir gerade noch mal wegen rosen gucken die gibt es nämlich nur einmal am tag und für unseren schatz haben wir ja heute mal den diamanten dieser ponche rettet jedes mal meine haut wenn es schneit ist es so gemütlich warm so bin mal gespannt was sie dafür von dem safir das gefällt mir danke okay nicht so nicht so kommt nicht so gut an wie die rosen haben wir mal das gleiche jawohl jetzt hat sie gewonnen und sie ist der wahnsinn ja so einmal liebkosen und dann noch mal massage so wie weit sind wir denn jetzt viel dürfte es nicht mehr sein fast okay morgen kommen wir das nächste herz bin ich mal gespannt drauf ich wollte eigentlich nach der folge aufhören aber das ist grad so spannend alles passiert immer so viel neues jeden tag da ja will man gar nicht aufhören da will man einfach weiter spielen oder ich zumindest hi an toren machen wir auch mal ein hallo kann man wieder vergleichen okay das ist nicht gut und ah ne der war gut okay was ist denn da noch ist da irgendwas okay war irgendwas so jetzt grad nicht so genau gesehen was der ist nicht in ordnung das wird auch immer komplizierter da war noch was okay man sieht es wirklich immer schlecht also wäre okay in dem fall jetzt gerade nicht der ist eindeutig und der ist auch eindeutig da müssen wir raus und es schneit und schneit und schneit und den fischeintopf auch wir haben wieder post gestern ganz übersehen von der handelsgilde wir kriegen eine trommel und einen energiestein okay und die haben was nützliches gefunden okay und den fischeintopf wollte ich immer noch wieder machen mission fischeintopf fischbrei muss gerade mal kurz gucken wieder gemacht wird fischbrei wo haben wir den denn fischbrei ein fisch ein fisch und salz okay ein fisch und salz das haben wir hallo dann nehmen wir hier den hecht den da und salz warte mal salz da so dann können wir nämlich endlich den fisch die aufgabe auch mal loswerden äh hinzufügen und den auch hinzufügen so kochen beenden verdorbenes essen warum passiert das einfach ab und an einen fisch haben wir ja noch aber in der anderen in der kiste glaube ich falsch probieren wir halt nochmal so und salz so steht es eigentlich im ding tja ja ähm fertigen das ist unsere letzte stahlplatte zwei stunden braucht die dann könnten wir heute unseren ofen noch fertig kriegen ja warum das mit dem fischbrei nicht klappt muss ich dann nochmal gucken irgendwas mache ich da wohl falsch und ob da noch mehr fehlt aber ich meine das stand überall oh also oder aber dazu braucht man natürlich erstmal wieder einen fisch ne habe ich die angel dabei nein habe ich nicht dabei dann holen wir gerade noch ein bisschen holz 17 uhr rum müssten wir wissen dass da hinten müssen wir gleich mal hinlaufen ist das eine touristin ne ist der toady oder ne passenger ist das auch wieder ja hallo hoffentlich some new stuff can be found in the hazard of ruins nehmen wir das holz gerade noch mit und dann dürften wir auch gleich unsere dinge abholen können jawohl abgeschlossen so fünf stahlplatten halleluja wir haben den ofen die frage ist wo platzieren wir den machen wir den mal dahin so und jetzt können wir nämlich auch die mangan stahlbaren fertigen dazu brauchen wir nur mehr eisenerz tada das heißt wir müssen am nächsten tag wieder in die mine die mangan stahlbaren brauchen wir nämlich für die druckerpresse für unser schatzi da brauchen wir die ganz dringend ja dann gehen wir doch jetzt einfach ins bett dann kann ich noch eine folge anhängen so ich sage vielen dank fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten mal